so wir haben jetzt auch keine mission erfüllt aber zumindest bin ich einiges aufgelevelt ja ja ich habe auch das eine oder andere gerade bekommen außerdem bin ich jetzt hier beim jo porn shop wie gesagt es gibt auch im plaza sekt 2 ein wo ist das so ein typ oh mein gott jetzt habe ich erschrocken da kam ein anderer spieler die leiter runter er sah voll gruselig aus achtung bürger die city admin sicherheitskräfte garantieren für ihre sicherheit nur innerhalb hier ist ein snack attack eine snack bar sehr schön so ich hab die missionen sind einfach abgebrochen was was missionen sind einfach abgebrochen so jetzt gehe ich noch mal gucken was ich für so ein heilsauber brauchen jetzt hat der typen im chat geschrieben meinte er sieht nicht gruselig aus und hat mich gehört ich frage mich aber zu sieht er sieht nicht gruselig aus ja ja das kann er ja nur aus dem stream heraus sehr schön und doch das sieht sehr gruselig aus für mich vielleicht kommt er zurück und verprügelt dich er umgeht dann einfach dein implantat weckt sich dadurch nur um dich mal verprügeln zu können ja er sieht uns super tisch oder hört uns zumindest zu parascott wie wie hat als 4 4 4 5 Oh, Katze. Oh, sag nicht, dass ich jetzt wieder mit der U-Bahn fahren muss. Wieso? Ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen hakelig. Ich meine, warum musst du denn mit der U-Bahn fahren? Äh, ich gehe zu diesem, äh, Magier-Shop. Achso. Anführungszeichen oben. Ich will mal gucken, ob ich heilsauber finde. Beziehungsweise, was ich da für Skills brauche. Na, du hast nicht die richtige Klasse dafür, ne? Ja, ich kann die Fähigkeit schon lernen, also das ist nicht das Problem. Ich muss halt nur... Ja, aber dann, ähm, dann bist ja aufgespreist zu mehreren Fertigkeiten. Ja, das Ding ist aber auch, äh, diese Fähigkeiten haben ja so einen Softcap. Das heißt, ich brauche später mehr Fähigkeitspunkte, um sie zu erhöhen. Alte Stelle Plaza. Nächster Halt. Wir Hossow. So wichtiger, dass man seine Fähigkeitspunkte nur in einem Bereich... Na ja, ich meine, im Prinzip wären dann fünf Punkte Aggressierer-Psi, entsprechen 25 Punkten Passiv-Psi. Später zumindest. Oh, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass der Zuschauer nicht männlich ist. Heißt das, dass wir jetzt bestimmte Sachen nicht sagen dürfen? Aber wir gerade was, was, äh, wie soll ich sagen, äh... Unangemessenes gesagt? Unangemessenes gesagt, genau. Ich glaube, wir sagen die ganze Zeit unangemessenes Sachen, aber... Ja, ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem. Nächster Halt. Peppapark. Haltestelle Peppapark. Nächster Halt. Aufsaison. Haltestelle Peppapark. Ja, also, eigentlich wollte ich einen aggressiven Magier machen, aber da wir nur zu zweit spielen die ganze Zeit, dachte ich, es wäre sinnvoll, zumindest ein paar grundlegende Heilmöglichkeiten mitzunehmen. Redest du jetzt gerade mit jemand anderem? Ja, ich rede mit Lünivelle. Lünivelle. Und sie meinte, wir können alles sagen, was wir wollen. Ah ja. Hm, hm, hm. Na gut. Also, auf in den Rotlichtmilieu. Deine Heimat, Malus. Ah, und sie meinte auch, man kann sich später umskillen, falls man irgendwas falsch verteilt hat. Ah ja, das ist schon mal gut. Das ist natürlich schon mal gut. Also, du musst dann Drogen nehmen und verlierst dabei aber Erfahrung. Aber zumindest kann man das machen, ist ja schon mal schön zu wissen. Ja. Das ist ja schon mal gut. Wie hat mich der NAV-Marker wieder ins Nichts geführt? Irgendwie hat mich der NAV-Marker wieder ins Nichts geführt, habe ich das Gefühl? Ja, hat sie nichts geführt. Der NAV-Marker? Der NAV-Marker. Das ist die Lissi, die Lissi, die da gerade im Lippchen entschreibt. Möglich? Nee, nee. Ich bin nicht so viele Spiele hier unterwegs. Ich glaube, weil gerade habe ich wieder 3% bei dem Server gesehen. Okay. Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. U-Skill, das ist ja nicht mal so viel. Ich frage es noch, ob ich mich damit auch selbst teilen kann. Ich habe jetzt mal ein Eckartuer gekauft und zwar, da weißt du, was ich mir leisten konnte. Okay. Dauert Ihnen Ihre Beziehung zu lange, dann wählt Sie in der Zeitung. Ich frage es noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Lünie wie er sagte gerade, dass sie sich Heaven Flower nennt bei Twitch, dass wir sie gerne fragen können, wer es für Fragen haben. Das ist in diesem Fall also die Dame, die dich aufgefordert hat, doch endlich auf dir zu reagieren. Ah, okay. Ja, tut mir leid, dass ich sie ignoriert habe, aber ich habe hier gerade das Chatfenster nicht offen, da ich nur mit einem Monitorspieler, das in dem Spiel ein bisschen stört. Na, im Prinzip hatte ich die Situation neben meiner Chat. Also, okay. Jetzt schaut dir schon mal eine Dame zu, dann ignorierst du sie auch noch knallhart. Ja, ich weiß, ich bin schrecklich. Wie ich immer sage, du bist einfach ein Malus in allen Lebenslagen Malus. Ja. So, ich kann jetzt einen grundlegenden Heilsauber verwenden. Sehr schön. Da heilt wahrscheinlich sowas wie drei Lebenspunkte. Das ist ja, Malus, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wollen wir noch eine Mission annehmen? Ja. Weil wir ja auch so gut da drin waren. Kann natürlich sein, dass das ganze Heilstärke auch damit skaliert, wie hoch dieser Skill ist. Das heißt, das könnte wirklich total nützlos sein, was ich gerade gemacht habe. Ja, das finden wir dann heraus. Oh, jetzt werden mir Cankerate-Plans angeboten. Aber ich würde sagen, das nehmen wir nicht an. Ja. Kann ich diesen Nuffray auch zu dir schicken, wenn wir in dem Team sind? Ja, das habe ich mich gefragt und irgendwie habe ich das nicht gefunden. So. Ich bin aber ja am Anfang im Next-Hauptquartier. Also, lass uns wieder da treffen. Okay. Und sie schreibt gerade im Twitch, dass sie das Problem mit einem Monitor anfangs auch hatte. Also, twitcht wohl selber eventuell. Okay. Na, ich würde dann mal nachsehen, wenn wir fertig sind. Ach, übrigens, ich habe mir jetzt einen Feuerball-Zauber gekauft. Also, freu dich schon mal. Ja, okay. Ja, ich habe mich. Haha. 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 Danke. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt bin ich wieder auf der falschen Zeit eingestiegen im Subway und fahre erst mal wieder eine kleine Runde. Und äh, was streamst du so für Spiele? Ich würde sagen, wir machen wieder einen Quickjob, oder? Was für ein Ding? Einen Quickjob? Das heißt, wo heißen die, wo man einfach filmt von XY? Ja, klar. Nächster Halt, Peppapar. Achtung, unsicherer Bereiten. Das Neochron Hovercap System wird Ihnen in Auftrag der City Admin von Nex System Inc. zur Verfügung gestellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Neochron Hovercap System wird Ihnen in Auftrag der City Admin von Nex System Inc. Das Neochron Hovercap System wird Ihnen in Auftrag der City Admin von Nex System Inc. Das Neochron Hovercap System wird Ihnen in Auftrag der City Admin von Nex System Inc. Ja. Ja. Das hat sie unter anderem auch schon gestreamt. Okay. 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 Das Neochron Hovercap System meinte, es wäre eine gute Idee, die direkt zu entfernen, damit man ja schneller leveln kann. Das hatte ich von vor, ich weiß nicht, zehn Jahren auch noch so gut. Und da beschützen dann die ganzen Wachleute ja dann trotzdem, oder? Nee, das dann ja nicht mehr, ja, Art und Weise. Das gibt doch auch diese komischen Duell-Simulatoren oder sowas, kann man da ja nicht... Ja, ja, dieses Freck-Dingsbums. Nein, ich glaube ja, im Pepper Park oder wo auch immer. Ich glaube, das war total der Gäste Ich glaube ich nicht. Das war es mit Ihnen süß, ich bin sehr froh. Das war es mit Ihnen sehr froh. Ja, hier ist es gleich, aber wir sind sehr froh. Das war das discovered, das war nicht. aber wir sind sehr froh, diese Zeitgeist. Und wir sind sehr froh. So, ich sollte gleich beim nächsten Hauptquartier ankommen. Das ist sozusagen der nächste Halt. Oh, nee, warte, ich glaube, ich komme wieder bei diesen, oder? Nee, ist doch nicht der Buckhändler. Wollen wir es mal mit Fears Dog aufnehmen? Ich glaube, den einen Zuber waren wir schon öfters welche von denen unterwegs gewesen. Das kenne ich gar nicht. Was sind das? Fears Dogs? Ach, Fears Dogs. Okay. Okay, ich bin jetzt vor dem Hauptquartier. Ja, ja, ich bin drin. Die zwei die uns zuschauen sind so erstaunt, dass hier welche Neocon spielen, dass sie erstmal direkt eingeloggt sind und losgelaufen sind. Ja, sehr schön, um uns in den Kanalisationen zu erschrecken mit einem gruseligen Aussehen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Es wundert mich ja auch, dass da jemand überhaupt so bei Twitch sucht. Man muss ja schon direkt danach sehen, sonst findet man das ja gar nicht. Nein, nein, also die suchen alle nach Malus und finden dich halt, ne? Also, du weinst, die waren zu glücklich im Moment und haben irgendwas gesucht, um sich runterzuziehen? Ja, genau, genau, genau. Und dann haben sie nach dem Malus des Lebens gesucht und dich gefunden. Also, also Fears Dogs hattest du gesagt. Ja, wenn ich 2002 auch schon jemanden gehabt hätte, der mit mir saß so gezockt hätte, hätte ich das vielleicht auch etwas mehr gezockt. Leicht wieder, oder was war das? Ja, ja, leicht. Der Marc gerade mit uns? Ja, ja, der redet mit uns. Ah, okay. Ist ja schön, Marc. Also, weiß ist hier schon wirklich... Ja, und ein großer Fan von diesem Spiel, deswegen followt er das Game selbstverständlich. Ist ja auch irgendwie ein echt cooles Spiel, oder so? Ja, durchaus. Na, vielleicht weiß ja Heavenflow oder Marc, wie viele Spieler denn wirklich noch da sind. Ja, wär mal interessant. Ah, Fear's Dog hab ich schon gefunden. Achso, Fear's Dog machen wir jetzt. Ja, okay. Gut, dann. Fail to accept. Ha, du hast mir genau die weggenommen. Sehr schön. Dann guck ich nochmal, dass ich den Fear's Dog bekomme. Ich habe Marc mal hallo gehüpft. Das ist nur ja so nach dem relativ alten System von MMOs die Möglichkeit Emotes zu machen. Mit Slash E. Also E. Und dann einen entsprechenden Text geschrieben. Ah, zehn Spieler sind ein Prozent. Ah ja, okay. Das heißt also, bei drei oder vier Prozent sind das also 30 oder 40 Spieler. So, mal sehen, wer die Anspielung versteht. Die Anspielung. Oh, hi Marc. Ist aus einem Film. Ja, so kann ich noch nicht machen. Ein recht bekannter Film, mehr oder weniger. Ja, das heißt nix, das heißt nix. Ist auf seine eigene Art bekannter Film. Ach so. Wenn der Marc uns jetzt zu viel Cash gibt, dann ist das natürlich... Macht das Spiel dann ein bisschen... Genau. Also, wir müssen natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen machen. Auch negative Erfahrungen. Und selbstverständlich müssen wir auch den Grind erfahren. Gears Dock, ne? Gears Dock, ja. Gears Dock. Du weißt schon, der, der mich vorhin umgebracht hat. Okay. Ja. Auf der Marc sieht schon... Ja. Kommen die ganzen... Extrem gepanzerten Menschen. 30 Pro-Gamer, die es noch gibt, und beobachten die zwei Noobs. Ja. Genau die 30 Spieler sind auch... seit die mindestens zehn Jahren von Level 1 extrem weit entfernt. Äh, hattest du irgendwo eine Suhr-Location in der Nähe? Ja, ja, ich war gerade eben noch an einer Stelle gewesen, wo... sehr schön gewesen war. Also, Moment. Ich hab so eine ungefähre Idee. Was ist denn für diesen Taxi-Caps hier? Ja, die bringt dich nur von unten nach oben quasi. Also, das ist relativ witzlos. Funktioniert genauso wie diese Subway. Rechtsklick und... das transportiert, Leertaste und... auszusteigen. Ja, interessant, wenn ich ein Hellsauber auswähle, meckert gar keiner. Ähm, Alt-E war uns durchaus schon bekannt. Ach, du bist hinter mir. Okay. So, hast du diese kleine Karte die ganze Zeit gar nicht... Äh, ich seh auch gerade, hast du nicht... Kleine Karte? Der mag dir ja auch Alt-M vor. Ähm... Seine Hinweis, Marc, der... Malus kann das, was du shattest, nicht zu sehen. Deswegen darf ich ihm das über Teams-Week alles nochmal mitteilen. Okay, warte, ich mach das Flow-Ding mal kurz an. Das ist doch ein bisschen umständlich grad. Ja, aber da hast du ja auch sehr viel hier hoch und runter gucken, da hast du wieder das Problem mit dem Körser, ne? Ja, aber zumindest kann ich im Inventar den Körser wieder... Ja, gut, dann lass das was machen. Also da, da bist du... Und wo solltest du bessere Twitch? Warte mal ganz kurz, ich mich mal kurz gucken, wie viel Erfahrung ich dafür bekomme, dich zum Heilen. Ich hab jetzt 49... Und da bin ich noch 49. Ich meine, du musst zumindest verletzt sein, damit das so machen. Ist ähm... Alt-F in irgendeiner Weise für einen modernen Computer interessant? Hm, das klingt wie so ein Schock-Cut, der dann irgendwie den Rechner explodieren lässt. Ja, du siehst die untereinander mit Alt-F, äh, France per second, die Ping hat. Und äh... Und das Ding ist nicht verwunderlich, ein Standort in Deutschland. Äh, FPS können wir uns jetzt mal wirklich völlig checken. Äh, waren die schon im ersten Level hier oder müssen wir wieder runter? Ne, wir müssen schon durchaus runter. Hast du das Hack-Tool jetzt dabei? Ach ja, richtig, ja. Was? Was? Du kannst dieses Item noch nicht benutzen. Ah, hab ich schon wieder Kacke gekauft. Da werden sich die beiden jetzt freuen. Na ja, gut. Ich müssen mir darauf achten sagen, was da wahrscheinlich an Voraussetzungen steht. Ja. Hack-55, das ist, äh, ein gutes Stück von dem entfernt, was ich jetzt gerade momentan kann. Wie viel hast du denn? Ähm, äh, lass uns nicht darüber reden. Puh, fünf? Nein, ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Aber ich möchte auch gar nicht gerade nachgucken. Ähm, wir können noch einen anderen Zug auswählen oder wir kämpfen uns da wieder durch. Ah, ich würde sagen, wir nehmen den anderen Lust. Okay. Eiern wir wieder ewig irgendwo rum. Ja, ja, in, äh, in Intelligence habe ich Hacking auch gescaled, so ist es nicht. Aber das Hack-Tool, was ich gekauft habe, ist einfach ein bisschen zu teuer und zu gut gewesen. Okay. Nein, das war jetzt die Antwort für der Mark, der sich mischt mit einer FIA statt einer A schreibt. Ähm, gut, dann machen wir zu einem anderen Zug. Wenn ich bestimmte Sachen hier so sehe, würde ich am liebsten dem Entwickler dabei helfen. Frag die doch mal. Das wäre jetzt ein sehr großer Zufall, wenn wirklich ein Entwickler unseren Stream zuschauen würde. Du weißt ja, wie das bei Mortal Online war. Das Streamlife eine Minute, follow. Aber war das denn dann nicht irgend so jemand, der sowieso noch nicht mal deine Sprache spricht? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, also, da stellst du ja nur... Hast du so gesagt, äh, der Twitcher kam offensichtlich aus? Ach nee, nee, das war ein anderer Follower. Achso, okay. Da folgte halt auch, ähm, irgendwelchen anderen Sprachen, die ich nicht kannte, also. Ja. Wie gesagt, manche nehmen alles, was sie kriegen können. Nein, 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 du musst jetzt nicht ein kleines kaufen, also, äh, kleines Hackthull werde ich mir wahrscheinlich auch leisten können. So, so wenige Kredite kriegt man da ja doch relativ fix zusammen. Und das, äh, da kann man nichts gegen sammeln. Die ganzen Pros kennen hier wahrscheinlich auch die ganze Gegend schon aus, ne? Ja, die sehen deinen Twitch-Stream und wissen sofort, wo sie hingehen müssen. Mensch, da Kanalisation links, links, rechts, links, links, rechts. Ja. Ist doch offensichtlich. Ah, das ist die Kanalisation mit dem Grafikfehler oben, oben, rechts. Äh, das ist also, äh, C3. Äh, das ist der Entrance so und so. Da weiß ich noch so verbescheid, wo der Mannes kann. So nach dem Motto. Guck mal, hier steht, was ich ja für einen Radius hab bei dem Flanball. Feuerball. Okay. Weil es sieht ja nicht besonders groß aus, also. Hm. Ich seh ja nicht. Wir sind doch direkt in Level 2 gerade runtergegangen, oder? Ja. Was zur Hölle. Links oben steht noch Level 1 City, so. Hm. Tatsächlich. Door. Mark schreibt gerade, dass die Sueer alle gleich sind. Und, äh, da haben wir schon andere Erfahrungen gemacht. Wir meinen jetzt auch explizit nicht diese, ähm, im Pepper Park, sondern wir finden, dass durchaus auch die Sueer hier in, äh, Plaza zum Beispiel, von der Art, wie man sich verlaufen kann und wo man links und rechts laufen kann, durchaus ein bisschen unterschiedlich ist. Also, ich kann mich selbst heilen. Ah, super. Guck mal, jetzt haben wir jede Menge Toxic Plants hier, ne? Ja, super. Das haben sie uns gebieten und jetzt haben wir alle. Ne, das sieht auch wirklich sehr stark nach Level 1 hier aus, äh, was hier sich bewegt oder rumfliegt und so weiter. Ja. Merkwürdig. Äh, dann lass uns mal gucken. Ach, guck. Da, wer dir um den Zug guckt, äh, hat denselben Orientierungssinn wie du. Das ist selbstverständlich ein Kompliment. Ja, natürlich. Von dir ist doch alles ein Kompliment wohl. Also, vor ein oder zwei Wochen haben wir zwei, äh, Mortal Online gespielt. Und, äh, da hat mich der Malus selbst dann nicht gefunden, wenn ich direkt vor seiner Nase gestanden habe. Du warst eben unauffällig. Ja, 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 das, das wird der Grund gewesen sein. Ich hoffe, er von den ganzen nackten Leuten abgelenkt ist. Ich wollte gerade sagen, du warst einfach nur abgelenkt gewesen. Oh, Drops the weapon. Ups. Da kam der Kopp-Bot auch sofort angerannt. Ja, das habe ich auch gerade vergessen. Ach, du auch. Ja, super. Ja, der, der, der Mark erinnert sich auch gerade, dass es wohl drei verschiedene Layouts gibt. Okay. Naja, aber es gibt ja auch, wie gesagt, auch noch diese, ähm, sehr andersartigen gegen Pepper Parks. Also, die sind ja wirklich normal. Dirty sewer entrance. Das ist auch normal. Wollen wir da nochmal rein? Ja, klar. Du bist schon unterwegs. Okay. Oh, ähm, ich bin mal kurz eine Minute weg. Ich muss mal hier Fenster zumachen. Jep. Du kannst mir völlig vertrauen, Wolf. Ich bin mal hier. So, und meine Antwort ist der Zahl von Cry of the Fat Zuschauer. Was? Der Zauber war gerade wieder so laut. Wir haben noch einen, der jetzt wissen will, wie wir in Neokron von Kanalisations-Tieren gebissen werden. Okay. Wo bist du jetzt hin? Ich bin immer noch beim Eingang. Der Mark war so lieb und haben jetzt gerade noch einen Hackertool verpasst. Ah, okay. Sehr schön. Danke, Mark. Ja, danke. Ja, ich bin hier unten. Wo bist du? Ich bin da. Oder wollen wir erst mal den oberen Bereich? Absolut. Das ist ja keine Ahnung. Na, wann da unten, wann ja immer noch Pflanzen, oder? Ja. Meistens, meistens, ja. Wobei diesen Dirty Sewer, den habe ich mir ja auch selbst noch nicht so angeguckt, ne? Ja, der ist natürlich viel dreckig als der andere. Ja, ja, sieht man auf den ersten Blick. Völlig anderes Layout. Jetzt kommen wir gar nicht klar. Hey, du bist jetzt auch Rang 7. Zumindest bei dem einen Rang da. Das ist aber auch alles hier so Standard-Mistzeug. Jep. Du meinst, wie immer das, was wir nicht brauchen. Immer hin, der Welt. Hä, der Feuerball hatte ich nicht verletzt, oder? Nö. Schade. Äh, ich meine, sehr gut. Hups. Hups. Habe ich mich überhaupt getroffen? Nein, äh, wobei, äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, wie gesagt, die, äh, response von dem, was dich trifft, ist hier, äh, schwer nachzuvollziehen. Also irgendwas hat mich getroffen, oder müssen, ich weiß nicht was. Hast du ja im, äh, normalen Chat gesehen, der war gerade noch im Kürzeck? Ja, hab's gerade gelesen. Ja, der Schiff, du kannst mir auch gar nicht, gar keinen. Ja. Äh, der Healing ist doch so ein etwas anhaltender Effekt, oder? Ja. Ja. Ja, okay, ich sehe es auch gerade noch. Du hast auch, äh, äh, im Interface diese, genau. Naja, im Kampf ist es vielleicht zu schwach, aber... Wir dürfen aber hier auf jeden Fall raus, weil hier finden wir keine Fierce-Dork. Das merkt man schon an der Gegenauswahl. Das ist, glaube ich, hier wirklich so typisch Level 1-Tour. Was meint Mark da gerade mit Hot hier? Ja, das, äh, wir haben jetzt gerade Mission für Fierce-Dork angenommen, genau. Oh, ich werde gerade geknabbert. So was. Das scheint sich aber ziemlich stark zu verletzen, ne? Ja, doch. Echt nicht. Was war das für eine Ratte? Eine normale Ratte, verstehe. Die normale Ratte hat's in sich. So eine Giant Red, die kann uns nichts anhaben, war eine normale Ratte. Ja, jetzt verlässt auch mein Orientierungssinn nicht wieder. So, wir sind zweimal abgebogen und haben uns verhört. Genau. Und hier geht's nur runter mit der Leiter. Sehr schön. Okay. Okay. Ah ja, der Ausgang. So, Marc, du hast die Führung. Ja. Ja. Das Neocon City Police Department informiert. Regelmäßige Vorträge für die Pflichten und Rechte als Neocon Bürger treffen sich die NCPD in ihr aus der Sektion 2. Direkt vor meiner Nase geht die Tür zu. Siehst du, wie ich mich immer fühle? Ja, ja, ja. Da fällt mir echt wieder auf, du bist der einzige Spieler, der rumfliegt die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Du bist übrigens auch wieder für mich der einzige Spieler, der rumläuft. Äh, der Mark ist völlig bodenständig. Sozusagen. Wo immer die Lust ist. NCPD hat ein Ablauf. Ja, wir sind beide so abgehungene Spieler, dass wir in jedem MMO herumschweben. Ja. Spiel mal Volke 7. Genau. Wo lauter Klugseligkeit auf Fangstrader anzupflegen. Neocon spielen zu dürfen. Führt uns Mark in irgendeine entlegene Ecke und dann raubt er uns aus. Na ja, so, wenn er uns ausrauben muss, dann ist er vielleicht doch kein Progamer. Er ist wie diese RPK, gilt ja von Mortal Online wissen. Von Mortal Online, genau. Pepper Park, sag ich doch. Das ist klar. Mal ganz kurz. So. Och, was war das für ein Waffengeräusch? Irgendwas großes. ist. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, wie die hier teilweise diese großen Waffen auf den Schultern tragen. Ja, vor allem diese Wachleute bei dem Next-Hauptquartier, das ja. Können wir mal erkunden. Glaubst du, du findest was da oben in der Decke? Schwebe ich schon wieder? Ja, also manchmal schwebst du richtig in die Decke rein, bist kurz weg und tauchst dann wieder vor mir auf. Genau, so ist das mit dir ebenfalls. Das ist aber auch so, an bestimmten markanten Punkten ist mir aufgefallen. Manchmal geht es die ganze Zeit gut, dann gerade so Bereiche Leiter steigen oder auch bei Türen, da im Plaza-Sektor irgendwas, wenn du diese Tür da öffnest, fängst du auf einmal an, in die Luft zu gehen. Ich bin gerade intelligenter geworden, sehr schön. Mark hat irgendwas getötet, deswegen haben wir 15 in 10 Uhr bekommen. Ein totaler Mutantrooper. Oh! Ach doch, ein Level FIFA, na gut. Also in den normalen Türen hatten wir in Level 2 schon Fierce Dogs gehabt. Aber das ist hier natürlich schon ein ganz anderer Spielraum. Ich hab ihn irgendwie verloren. Ja, der Mark ist auch ein bisschen flotter unterwegs als wir, äh, die noch die Eierschalen hinter den Ohren haben. Das war relativ am Anfang, wo man dann direkt sich entscheiden konnte, ein Level tiefer zu gehen. Ja. Das war relativ Rights shower. Das war relativ Zeit. a